Toilet Pepper Tycoon ist ein Klicker-Item-Game mit Toilettenpapier, was sich von anderen abhebt. Wir haben als Dreiergruppe Moldi, Pilscherf und ich am 8.8.2020 aus Spaß angefangen, dieses ehemalige Ein-Tages-Projekt zu programmieren. Mit der Zeit sind aber immer mehr Spieler dazu gekommen und daher haben wir die 1000 Downloads im Google Play Store bereits geknackt und haben es in den App Store geschafft. Das Spiel bietet eine Mischung aus Upgrades und Klicken und ist damit eine Revolution in der Spielebranche. Es ist ein bisher nie dagewesenes Spielererlebnis. Egal ob eine gigantische Ratte mit roten Augen, Papierschmeißende Affen oder Räuber auf Papierfluchträdern, alles ist da. Jetzt bist du an der Reihe. Werde zum Toilet Paper Tycoon. Es wird in Java mit dem Framework Libgex promiert und außerdem nutzen wir Artemis ODB. Des Weiteren haben wir mittlerweile eine sehr gute Codebase, was uns erlaubt schnell und flexibel in neuen Content hinzufügen. Wir suchen freiwillige Grafiker, die Sie gerne auf unseren Discord und Beschreibungen melden. Bis zum nächsten Mal.